Ja, das sind unsere Männer. Wir kommen. Wir fahren da einfach durch. Wir fahren da einfach durch. Durch die Mauer. Haben wir den erwischt? Leider nicht, ne? Komm, ich fahre direkt da hinten zu dem Nächsten. Dann sollen die sich doch da drum kümmern. Boah. Wo fährst du denn hin? Hallo. Ach ja, es kommen ja noch Panzer. Ey, ich übertreibe gerade schon wieder. Okay, der gehört zu uns. Ich habe dir gerade den Arsch gerettet, Junge. Ja. Aber okay. Ich muss in Deckung. Ich muss in Deckung. Ich habe nicht mehr lang. Batsch, platt gefahren. Hallo. Okay, den haben wir. Ui, ui, ui. Wo ist er? Den haben wir. Super. Deckung. Haben wir hier mal kurz aufgeräumt. Treibkäfig geladen. Oh, Mann. Du kackt, Panzer. Nein, und wir sind platt. Müssen wir das schon wieder machen. Also nicht ganz. Nur so ein bisschen. Hallo, 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 hallo. So, den haben wir. Da hinten. Den haben wir auch. Patsch. So, den haben wir. Den haben wir. Was ist das denn? Oh. Das Ding fährt sich. Das ist doch nicht mehr normal. Schnell weg hier. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Den machen wir so platt. Macht das schon. Bam. Oh. Es geht ab. Ghost Team ist unterwegs. Wiederhole. Ghosts unterwegs. Da sind wir. Wir sind in der Richtung voraus. Wir sichern den Vertreuer auf. Starten die Föderationsrakete auf das Ziel. Hash. Ich gebe mein Bestes. Wir haben Bestätigung, dass Rock in der Einrichtung ist. Aber die Rakete muss vorher gespartet werden. Läuft an. Hälfte. Wir halten drauf. Wir halten drauf. Wir halten einfach drauf. Wir mähen jetzt alles nieder. So. Einfach da rein halten. Oh. Das finde ich lustig. Ja, ja. Wir springen ja. Und wir gehen mal hier in Deckung. Granate da rein. Boah. Deckung. Den haben wir erledigt. Super. Hallo. Hallo. Ey, was ist das denn im Moment? Ich bin so aufgeregt. Ja, Junge. Dann machen wir das halt nochmal hier. Ist das kein Problem? Halt einfach drauf. Halt einfach drauf. Und rein da. Tom. Mal ein bisschen hier. Power machen. Power Party. So. Kann es doch nicht sein. Warte, Junge. Wenn ich wieder da bin. Komm. Ja? Kommando, wir sind ins Zielgebäude eingedrungen. Rücken zur Startzentrale vor. Ja, und wir gucken uns hier gerade so ein bisschen um. Könnte er... Wo könnte er sein? Ja. Ich gehe aber davon aus, hier wird er nicht sein. Oder? Ne. Ist ja nicht schlimm. Äh, sieht nicht so aus. Hm. Oh, ich bin ja sogar auf dem falschen Weg noch. Oh, nicht schlecht. Wo muss ich denn hin? Wo bist du, Bruder? Bruder? Da. Hallo. Jawohl. Und wir machen sie platt. Den haben wir auch weg. Ja, das ist gut. Merrick, Flugwein aktualisiert. Bereiten Start vor. Achtung, zahlreiche V-75-Mantis-Geschütze im Gebiet. Zustanden. Legg-Matt-DV-Krein. Kommando Ende. Nix. Schade. Gehen wir wieder hoch. Ich mach es. Oh, yeah. Ladung ist unterwegs. Start war erfolgreich. Kommando bestätigt. Gute Arbeit, Gentlemen. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. PSC. Siehe doch drüben. Über das Bahnsystem unter. Merrick, die Rakete ist raus. Haben ein Hitmeister. Wir holen sie nun. Negativ Hash. Zurück zum Sommelpunkt. Wir spüren ihn gemeinsam auf. Sorry, Merrick. Du bist hier fertig. So ist das ja hier nicht. Von wo kommst du denn? Drecksack. Ja. Hier wird keiner sein, ne? Oder? Da. Da ist er. Juhu. Wir haben ihn. Ja, okay. Haben wir schon mal ein paar. Granaten. Erledigt. Sauber. Den haben wir auch. Den haben wir nicht. Werf mir hier mal ne Granate hin. Ah. Ja. Was soll ich denn machen? Oh, du bist mir einer, ey. Humpelmenschen, du. Super. Hat das was gebracht? War, war, war okay. Hätte ich schlimmer kommen können, ne? Werfen wir mal einen hier rein. So. Ja, nerv mich. Jetzt packen wir die dicken Dinge aus. Die mit den dicken Drähten. Hallo, bleib mal hier, Junge. Nein, ich muss nachladen. Oh. Ey. Was ist denn los? Ich springe mich hier noch selbst um, ey. Komm, lad mal nach. Hallo. Boah, du Drecksack. So, was hat der hier für eine Waffe? Die nehmen wir mit. Feuertrupps in Schach in 3.1. Nähern uns dem Frachtraum. Roger. Roger. Komm, die machen wir weg. Der hat nichts mitbekommen. Wenigstens kriegen sie jetzt was mit, wa? Ey, du Drecksack. Muss hier eine andere Waffe nehmen. So, einen. Den da hinten haben wir auch. Hallo, wo bist du denn? So. Ja. Äh, ich beeil mich doch. Wo bist du denn? Lauf dir hinterher, mein Bruder. So. Ja. Ich beeil mich. Boah. Hui. Geschafft, Bruder. Boah. Ghosts haben den Sektor gesichert. Rakete ist unterwegs. Alles konzentriert sich auf das Primärziel. Die Vorhut der B-Kompanie kriegt Luftunterstützung bei der Satellitenfarm. Die Luftabwehr wird alles vom Himmel holen. Auch unsere Rakete. Unsere Pasta müssen diese Geschütze ausschalten. Kommando, wir brauchen Luftunterstützung an der Brücke. Verstanden. AC sind unterwegs. Ja. Bewegung, Meter eins. Die Brücke ist frei. Und da sind wir wieder. Panzer Action. Boah, ey. Ohne Scheiß. Das fährt sich so, ehrlich, wie so ein Auto halt, ne? Nicht halt wie bei Battlefield, aber okay. Ist halt ein bisschen actionlastiger, ne? Los, los, los. Was ist das denn da? Was haben wir denn da? Ist weg? Oh, ich bin nicht vor. Okay, wir brechen hier einfach durch. Wo sind die denn? Ich versuche das jetzt mal so ganz schnell zu machen. Oha. Ja, ich gebe mir Mühe. Entschuldigung. Und den haben wir auch erledigt. Scheiße. Shit, shit, shit. Mal in Deckung gehen. Oh, hier geht gar nichts mehr. Oh man, hier geht's ab gerade, ey. Lauf. Auf den Panzer. Ja. Rein da. Jetzt knallen wir sie alle weg hier. Das gefällt mir. Das macht mir richtig Spaß. Heli, 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 Heli. Ey, was ist denn los hier? Ein Heli haben wir. Perfekt. Einsturz. Kommando, der Komplex ist zerstört. Wiederholen, zerstört. An alle Einheiten. Kommunikation getrennt. Grünes Licht für Phase 2. Wiederholen. Phase 2 freigegeben. Icarus. Icarus, Wutenmission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Ankern. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Näher und Ziel. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Ziemlich groß, Kommando. Ein ganzer Ring-Föderations-Satelliten lädt gerade auf. Merrick hier. Wir halten hier unten nicht lange durch. Rein da, uns erledigt es. Verstanden. Gehen rein. Schwere Föderationverstärkung greifen unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung Merrick, wir haben es zur Station geschafft. Beeilung Icarus, haben wir unten schweren Beschuss. Icarus im Anflug, es wird heiß. So Leute, wie es hier weiter geht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin raus, bis dann. Tschüss.